hallo und herzlich willkommen ich bin wieder jolo ich weiß schon drei folgenden folge ich ich wasch mich nicht und wechsel meine mützen nicht niemals niemals die kruste muss wachsen pakotra ist auch hier irgendwo aber wo weiß ich gar nicht ich glaube der ist noch in der höhle ich gehe ihn mal besuchen ja ich bin hinter der höhle war hier baumkronen voller Wien wachsen ich höre ich doch wo ich behalten Wiener Wachs Power wieso habe ich keinen Mann die Böse Baum des Todes Baum des Todes Donnergüter ist für die Küche verstöre die Küche das ist kein erkennt das schreibt in die Kommentare es ist ungedichtet natürlich aber jolo du bist ja gar nicht mehr beim Obsidian ich dachte du wärst noch beim Obsidian hier mal hinten aus der Höhle raus da wo das Feuer grad ist siehst du das? nein wie ist hinten aus der Höhle raus? ach doch da ist Feuer da hinten bist du ganz ja da guck mal nach oben wo ich hole eine Baumkrone an da ist noch eine Baumkrone voll mit Wachs die hole ich mir Wachs 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 auf das unser Haus wächst ja so bitte jetzt nicht lenken und Sprung des Todes natürlich leckt es tschüss 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 Danke, danke. Oh. Indizierung ist ja auch gerade so ein Thema, wo jeder ein Video macht. Ja. Sollten wir auch machen, wir sind doch klickgeilen. Na ja, warte. Also diese... Nein. Wow, fuck! Das war nicht geplant. Ey, du hast ja das Wachs noch gar nicht mitgenommen, oder was? Ne, ich komme gleich wieder. Bin schon da. Dazu muss man aber auch mal sagen, dass du das Wachs jetzt holen darfst. Ich möchte nur meine Sachen holen. Hm, du bist doch hier. Ja, du weißt, aber ich hab Angst, dass ich dir habe. Ja, das war mein Wachs hinter dir. Über den Baum, da wo du gerade warst. Ich wollte jetzt nur noch was wollte ich eigentlich hier. Ich wollte die Blumen holen, oder? Ja, ich wollte die Blumen haben. Flower Power! Echt? Das bist du in Flower Power. Oh yeah, Flower Power. Na, ah Mist. Weh meine Ohren. Oha. Oh, so viel, Alter. Ich hab über 300 Obsidianen. Ja, ist doch gut. Baum-Rassel-Strengths und Teleporter. Und das Obsidian ist, äh... Wachszeug vom anderen Baum. Ähm, ich hol grad, ähm, Blümchen. Genau da, wo du herkommst, ja, Lauflauf. Siehst du diese Birke? Eine Birke? Die große, in meine Richtung, in meine Richtung. Amas, nie. Nee, kann grad nicht sehen, ich bin auf dem Baum. Wegen einem Blümchen hier auch. Ich fall wieder runter. Ja, okay, du bin. Oh, 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 okay, du bin. Markes. Was willst du tun? Sie ist ein echter Gangster. Ah, wirst du auch schon in die Ampel. Und dann mein Wachs. Da hinten ist noch mehr Wachs, da. Ah, stimmt. Ja, jetzt sehe ich es auch. Nö. Und hol das mal. Kannst du. Hey, mein Wachs. Ja, mein Wachs. Und wir machen hier alles kaputt, ey. Ja gut, wir wohnen ja hier noch nicht. Und wenn, dann sprengen wir alles in die Luft. Genau. Lieb hier des Todes. Ich würde ja gerne heute noch ein bisschen TNT ausprobieren, ey. Was ist hier noch so schönes TNT? Hast du Tier 3 TNT? Ja, haben wir. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, das ist super geil. Ich finde es super geil, Alter. Oh, hier sind Klubschis. Wie heißen die nochmal, diese Augenfiecher? Miris? Miros? Ja genau, Miros. Hier sind ganz viele. Also einer. Okay, was ist denn das da? Kommst du mal kurz zu mir? Mhm. Da baue ich immer ein bisschen fackeln dich was hin. Da fackeln wir nicht lange. Hey, das ist mein Spruch. Was machen wir hier unten? Ja, wir hauen Iris, Miros, Maris. Oh, war da unten. Pass auf, da hinten sind noch mehr hinter dir. Das ist ja richtig übel da unten. Da press ich ein paar Pilze erst. Und du siehst nicht mal das, was da hinter dir steht. Hä? Du bist hinter mir. Ah, oh, unten. Was ist denn das da hinten für ein Stein? Ist das Eis? Ja, das ist Eis. Achso. Hast du noch was zum Leuchten? Ja, ja. Warte. Wann kann ich so weit runter bauen? Nicht, die kommen hoch. Ich weiß. Alter, wie viele da kommen. Du hast die Hölle geöffnet. Ja, ich hab das Portal zur Hölle geöffnet. Na, komm. Ich werde angegriffen. Miri, was war ich das? Das kann sein, dass ich das war. Ist alles mitgenommen? Das war schon wieder neuer Miri. Äh, Miru. Und ganz viele Augen, glaube ich. Hab keine Ahnung. Was noch? Hast du noch Licht von runter? Das leckt gerade das noch einer. Ich hab nur noch eine Moosfackel. Wenn ich nicht nur 2 FPS hätte, hätte ich auch Licht. Du mit deinem FPS. YOLO. Und dann hat diese FPS werden von überbewertet. Lass mal ein bisschen verteilen. Nicht, dass wir uns wieder gegenseitig umhauen. Ähm. Ja, bei mir leckt gerade. Und so wird das Vieh von mir töten. So. Der ist hinüber. Nimm noch ein paar Pilze mit. Ist das Obsidian, oder? Ich sehe nichts. Natürlich ist das Obsidian. Oh, noch mehr Obsidian. Nö. Nur ein Texto-Failer. Meine Rüstung ist red. Nö. Aber das ist noch Magnetide unter dir, ne? Magnetid. Nimm mal mit. Das Magnetid. Oh. Bitte hör mal auf zu legen, ey. Nimm noch ein paar Steinsche. Das ist ja drüber geholfen, oder? Kathedrale. Aus was für einem Stein machen wir denn die Kathedrale? Wollen wir eine dunkle Kathedrale machen? Da würde ich erstmal ein bisschen Material sammeln. Ja, bin ich ja bei. Ich sammle ja schon ordentlich Stein hier. Ich frag mich nur, was für dunkle Steine könnte man nehmen. Obsidian. Ne, kann man nicht setzen. Eis. Noch mehr Eis. Ach, Eis brauchen wir ja auch jede Menge, ne? Ja. Boah, dumme Fackel des Todes. Dumme Fackel des Todes. Nimm dir den Bodenfrosten mit. Ja, wie f... Das Magnetid, ja. Kohle. Nimm auch Kohle mit. Natürlich. Nimm alles mit, ne? Alles. Ja, das Problem ist, bei mir leckt das gerade so sehr, dass ich 100 Jahre brauche zum Abbruch. Was denn los bei dir? Stell doch sonst mal die Grafik runter. Die was? Die Grafik. Ja, mach weiter runter, geht nicht. Was? Da hab ich ein Blackscreen. Okay. Du, ich geh schon mal wieder heim, ja? Ja, ja. Alter, wie viel Kohle ist hier bitte? Wir haben gerade richtig Glück mit den Rohstoffen. Hm. Ne. Was müssen wir noch erwarten, ne? Bei dem ProGamer. Jo, klar. Wir haben Nase für Rohstoffe. Wir riechen die schon aus 100 Kilometer Entfernung. Ich weiß ja nicht, welche Rohstoffe du in deiner Nase hast, aber... Hm. Wenn Popel irgendwann mal als Rohstoff gilt, hab ich Rohstoffe in der Nase. Ja, geil. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Teleporter war. Wollt weg. In der anderen Höhe, glaub ich. Wieso schlimm? Ich hab ja ein Kind, die Teleporter zur Not. Hm. Den kannst du auch nutzen, weil ich nehm den Teleporter jetzt wieder weg. Okay. Wenn ich ihn wieder find. Ich glaube, wir sind nicht von hier gekommen. Pff. Die Extractor gehen schneller, waren die vorher auch nur bei zwei Minuten. Warte mal. Da ist unser Heim. Äh, weiß ich nicht. Doch. Wir sind doch von hier gekommen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Die gingen doch vorher auch schon so, oder? Die waren länger. Ich glaub, die waren sechs und dann noch drei Minuten. Aber ich glaub, die gingen jetzt nur noch zwei Minuten. Waren sechs nicht bei Iron? Bei Iron generell. Oder? Eigentlich wollte ich dich ja noch richtig schön trollen mit dem Teleporter. Aber du benutzt ihn ja einfach nicht. Warum wolltest du ihn hier hinschicken? Ja, ich wollte ihn hier in die Erde schicken. Das hat ja nicht geklappt, so ein Shit. So ein Shit aber auch. Echt? Motherfucker. So, jetzt nehme ich das Queen-Wax-Beat-Scheiß da wieder raus. T. Es ist gut, dass die Blöcke in dem Extractor richtig klein werden immer. Hm. Leichter zu tragen, ne? Nein, ich... Nein, wenn die... Die Anzeige... Mhm. War aber der... Holz. Ach, nicht so lief's. Der Kind sieht eingestellt. Tja. Alter Spielverderber. Tja. Teleport. Also ich hab jetzt, äh... Ach Mist, jetzt ist der Teleporter kaputt. Jetzt muss ich den auch noch reparieren, verdammt. Der Vorteil ist ja, wir können jetzt mehr Obstitanen gleichzeitig brennen. Weil die jetzt die Öfe erarbeitet haben. Jetzt haben wir die ganzen Dinge umsonst gebaut. Hm. Dankeschön, Playful. Oh, ich bin zu weit unten. Ich bin zu weit unten. Bin zu weit unten. So, kann ich was Neues bauen? So was Schönes. Hallo, hallo. Ähm. Wood Window. Stimmt, wir können auch Wood Window bauen. Da würd mich verwirren, äh, interessieren, ob die mal... Blablabla. Ob die sich verbinden. Dat weiß ich nicht. Moin. Da ist noch Zeug drin. Der war Farbstoff, blau Farbstoff, Diamant, Wood. Oh nein. Nein. Ich hab so oft teleportet. Ich hab schon wieder einen Absturz. Dann lass ich wieder da. Okay. Adobe Blick. Okay, aus diesen Schüssel mal Nizzle kann man Crystal... Crystal Shizzle? Crystal Shizzle Jackery machen. Crystal Shizzle Nizzle Hizzle Fizzle Knizzle? So, ähm, was nehmen wir denn zum Brennen? Soll ich die Leaves verbrennen? Ich will ja schon... Ich wollte ja letzte Folge schon machen. Ich hab auch schon... Ich hab ja schon was im Prozessor. Ja, verbrennen die Leaves. Ich glaub, der war's. Nein, der war's nicht. Sag mal, hast du hier irgendwo Bretter rausgenommen? Was? Prozessor? Ah, ähm... Stöcke? Bretter und Stöcke. So durch. Ja, ich hör dir immer zu. Nach dem, was du verbrennst, das gibt ja drei Flammstärken. Wenn du jetzt Leaves oder auch Hals verbrennst, dauert Obsidian ein Stück 10 Sekunden. Bei Kohle 5 Sekunden und das ist nur Stufe 2. Das heißt, es gibt noch was Besseres zum Verbrennen. Das heißt, wir werden jetzt doch Kohle verbrennen und danach auch was Besseres. Mhm. Wir haben nur 350, ähm, Obsidian. Aber die gehen relativ schnell. 5 Sekunden ist okay. Ähm, ich suche Holzbretter. Hast du die, äh... Hast du hier irgendwo Holzbretter rausgenommen? Äh, japp. Und Stöcker ruhig. Nein, hör auf, gib mir die. Ähm, warte. Komm mal kurz. Wo bist du? Komm mal kurz ins Haus. Ich packe die in die Küste für dich. So, mal hast du dir jetzt... Das geht schneller, oder? Was? Jetzt, äh, hier, Forge. Pass einfach, drülle ich hol's raus. Ähm, die Holzbretter sind ganz vorne rechts. Da links, wenn du reinkommst. Und deine Stöcke auch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut. So, jetzt kann ich mir... Hast du das Obsidian geklaut? Nein. Nein. Brauch ich doch nicht. Ich brauche... Ich will... Ich will ein Dach bauen. Was fehlt mir denn noch? Also, neues Dach. Ähm, mir fehlen noch Twine. Twine. Du musst Obsidian geklaut haben. Alle, oder? Doch. Äh, ich hab sechs Obsidian, ja. Hab ich wohl versehen. Sag ich doch. Wird angegriffen. Der, 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 der Pacoidra, der passt so auf seinen Shit auf, ey. Das gibt's gar nicht. Unglaublich. Ich muss ja rechnen, wie viel wir brauchen. Wofür? Ja, weiß nicht. Wofür? Ich weiß, wie viel ich habe. Ich glaube, der Pacoidra ist ein kleiner Messie. Ja, das stimmt. Ich sag nicht, wir haben keine Twines mehr. Twines? Doch, 18 Stück. Vielleicht reicht das ja schon. Was für Dinge? Twines? Twines. Hab ich auch noch welche. Das müsste eigentlich reichen. Ich brauche mehr Kohle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das reicht. Ich brauche definitiv mehr Kohle. Woodroof, aber leider nichts Neues. Ich würde auch sagen, wir nehmen ab sofort mehr Leafs mit. Das dauert zwar länger beim Brennen, aber wir können... Oh, wie viel Leafs braucht. Hier Leafs braucht er für einen brennenden Vorgang. Oh, nein, da wollte ich gar nicht hin. Das passiert mir ständig. Okay. Natürlich ein bisschen nervig. Ehrlich sagen. Wenn der Kind sich nicht die ganze Zeit mal einen Obsidian klauen würde. Was denn? Ich habe eine 6. Ich bitte dich. Wie viel hast du denn? 300 noch was oder so? Nein. Nein. Nein, habe ich nicht. Nein. Ja, siehste. Ich baue daraus dann nachher noch ein paar Obsidian-Dinge. Die können wir zu benutzen. Ja. Bei Eisen haben wir nicht so mega viel. Aber wir brauchen eh Extract, aber... Mist, was mache ich denn jetzt? Mein Inventar ist fast voll. Meins auch. Kann ich noch was... Kann ich was zerstören? Hättest du mein Obsidian nicht geklaut, hättest du Platz. Klugscheißer. Herr Paco ist ein Klugscheißer. Nimm doch. Da ist noch was drin. Mach's dir was schön aus. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Na, war's gut. Aber das Obsidian kann man nicht gestapelt reinmachen. Das ist ein bisschen nervig. Eigentlich hätte ich auch gleich das hier wegmachen können. Ich glaube, da mache ich... Ja, da mache ich... Ja, ich weiß, was ich da reinmache. Genau. Dann gehe ich nochmal nach unten. Oh, die haben's auch gleich leer. Und wir sind übrigens schon wieder bei 17. Hör auf. Stimmt. Was, ne? Krasser Shit, Alter. Ich würde es nicht so schnell, wenn man Spaß zusammen hat. Das freut mich aber, dass du Spaß mit mir hast. Hast? Spast. Spast. Ich habe fünf Queen. Ja, dass ich einen Spast bei mir habe. Da freue ich mich drüber, echt. Da ist Queen Bee. Weg. Ehm, eine kleine Queen Bee. Da ist auch weg. Ähm... Da ist auch weg. Wenn da alle auf Twitch angucken. Was? Wir? Wie? 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 Was? Wie? Queen Bee. Wie ist das? Hm, natürlich tut es so. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ah, was bist du denn? ich habe ein älter wo zettling hast du meinen anderen wieder gepackt du hast immer noch einen anderen zettel ist ja ich bin schon wieder ein teleporter gelandet ich habe ein sapling habe ich ja gut nächstes mal baue ich mein dach weiter auf jeden wo ich freue mich in der pause jetzt kurz die kisten ein und dann sehen wir uns in der nächsten folge vielen dank ich glaube ich mache auch ein bisschen dach offscreen gleich weil es ist eigentlich nur arbeit gerade gut reingehauen